Hier ist die Bar von unten, von der Wendelfreppe kommt man dann schön von der Rezeption hier nach unten und kann sich schön was bestellen. Hier sind dann ein paar Shops, hier ist das Game Center, das aber jetzt noch geschlossen hat, Toiletten und da ist auch noch ein Laden, wo man Zeitungen bekommt, ein paar Duschgels und so. Und hier kommen sie direkt in den Spa Bereich, der EDD Spa Bereich ist hier und den zeige ich euch gleich.